An alle, die sich etwas Großes vorgenommen haben. Oder was Kleines. Hauptsache was Eigenes. Die fürs Zuhause viel Geld und ihr Herz in die Hand nehmen. Die sich auf den Weg machen zum wichtigsten Ort der Welt. Lasst uns anfangen. Wir zeigen, was geht. Mit der Beratung der Heimatexperten. Schwäbisch Hall.